Professor Mangold, Sie sind erfolgreicher Industriemanager, weltweit vernetzt, viel unterwegs. Welche Bedeutung hat das Reisen für Sie? Das Reisen hat für mich eine unglaubliche Bedeutung, weil ich etwa rund, ich sag mal, pro Jahr etwa 130 bis 140 Nächte in fremden Betten verbringe und damit auch natürlich entsprechende Reisezeit. Also ich bin mehr unterwegs als zu Hause und deshalb habe ich eine Beziehung zum Reisen. Das macht mir Spaß und ich empfinde Reisen nicht als Last. In Ihrer Amtszeit hat sich die TUI stark gewandelt. Was waren für Sie die Meilensteine? Also ich glaube, zunächst muss man ja eines mal sagen, dass die TUI ein unglaublich anpassungsfähiges Unternehmen ist. Das kommt natürlich schon aus ihrer Geschichte, denn aus einem ehemaligen Bergbauunternehmen, einen dynamischen, online getriebenen, modernen Reisebetrieb zu machen und einen Tour-Operator zu machen, ist natürlich schon eine unglaubliche Anstrengung. Und ich glaube, die TUI ist durch alle Wechsel hervorragend gelaufen, wenn Sie mal denken, dass wir die Containerschifffahrt veräußert haben und, und, und. Und dass wir jetzt auf einem guten Weg sind im Hinblick auf das Online-Geschäft, auf Digitalisierung, dann glaube ich, ist die TUI unheimlich gestärkt durch ihre Geschichte auf der einen Seite, aber auch durch ihre tolle, leistungsfähige Mannschaft. Ein wichtiger Schlüsselmoment war aber sicherlich auch für die Entwicklung des Unternehmens der Zusammenschluss zwischen TUI AG und TUI Travel PLC. Das war vor vier Jahren. Jetzt in der Rückschau, wie bewerten Sie den Merger? Der Merger mit TUI Travel PLC, der ist uns, glaube ich, unheimlich gut gelungen aus der heutigen Sicht. Und ich glaube, dass es viele Erfolgsbesteinteile gibt, die dazu beigetragen haben. Das waren erstens die Menschen, die mitgezogen haben. Das war Mike Hotschkinson, das war Peter Long, das war auch der Großaktionär Morderschow. Das war ein Management, das hochmotiviert an einem Strang zog. Und ich glaube, wir haben damals etwas gemacht, was ja völliges Neuland war. Das war dieses Integration Committee. Wenn wir dieses Integration Committee nicht gehabt hätten, würde ich nicht wissen wollen, wo wir so schnell gelandet wären, wie wir jetzt eigentlich sind. Und ich glaube, der Merger ist Geschichte. Er ist vollzogen. Alle sind zufrieden, dass er geklappt hat. Und ich glaube, es wird neue Herausforderungen geben, die genauso klappen. Auch die Branche hat sich stark verändert, ist weiterhin im Wandel. Wo sehen Sie Herausforderungen, aber auch Chancen fürs Unternehmen? Also ich glaube, die größten Herausforderungen liegen darin, dass wir an unserem Geschäftsmodell immer wieder arbeiten müssen. Wie viel Digitalisierung, wie viel Artificial Intelligence, wie viel Online-Geschäft brauchen wir. Und ich glaube, das sind die Herausforderungen der Zukunft. Und dann wird eine weitere große Herausforderung sein, die Frage, wie wir umgehen insgesamt mit unseren Flugzeugen und der Fluggesellschaft umgehen. Das ist ein mörderischer Wettbewerb. Und ich glaube, wenn man sich heute vorstellt, dass sie für 9 Euro von Frankfurt nach Bilbao fliegen können, dann ist es einfach ein Punkt, der, glaube ich, nicht so weitergehen kann. Und deshalb müssen wir uns da intensiv Gedanken machen, wie man so etwas weiter angeht. Und ich glaube, es gibt die zweite Herausforderung, die hat zu tun mit Ökologie. Ich glaube, dass die Kunden immer sensibler werden im Hinblick auf ökologische Fragestellungen. Ich glaube, das muss man alles ernst nehmen. Aber ich glaube, wir haben auch genügend Antworten, um auch hier erfolgreich zu sein. Sie haben in Ihrer Laufbahn die verschiedensten Industrien kennengelernt, vom Handel über Automobile bis hin zu Finanzen. Welchen Reiz macht die Touristik für Sie aus? Vergessen Sie nicht die Chemie. Aber die TUI ist natürlich ein spannendes Unternehmen. Sie ist spannend, weil dort Menschen noch mehr prägend sind als sonst wo. Und gerade die Tatsache, dass sich Geschäftsmodelle ständig einem ganz intensiven Wandel vollziehen, ist etwas, was besonderen Reiz hat. Und das wird weiter so gehen. Ich glaube, die ganze Branche wird nochmals einen kräftigen Wandel ihrer Strukturen erleben. Aber nochmals, wir haben tolle Leute, wir haben eine tolle Mannschaft. Sie haben einen tollen Aufsichtsrat. Das alles wird dazu beitragen, dass die TUI auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Mit Herrn Dr. Zetscher haben Sie einen der profiliertesten Spitzenmanager der Automobilindustrie als Ihren Nachfolger gewinnen können. Wie haben Sie ihn überzeugt und was zeichnet Herrn Dr. Zetscher als Manager aus? Also ich arbeite mit Dieter Zetscher seit 20 Jahren zusammen in vielen Bereichen. Wir waren gemeinsam im Vorstand von Daimler. Ich kenne ihn sehr, sehr gut. Ich habe Herrn Zetscher gefragt und er hat relativ schnell viel Freude gewonnen an dieser Idee, jetzt TUI Aufsichtsratsvorsitzender zu sein. Und es brauchte gar nicht so viel Überzeugung. Und ich glaube, er bringt zwei große Dinge mit. Das eine ist natürlich der Umgang mit einer tollen Marke wie TUI, genauso wie Mercedes. Und das zweite ist seine Internationalität. Und ich glaube, er hat inzwischen, nachdem er ja schon über ein Jahr im Aufsichtsrat ist, ein tiefes Verständnis von dem, was Reisen und Organisation von Reisen ausmacht. Und ich bin sicher, dass er der Richtige ist für dieses herausfordernde, tolle Amt. Professor Mangold, vielen Dank für das Interview und Ihnen alles Gute. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.